Friedolin Wagner, am Freitagabend Flutlichtspiel gegen die Würzburger Kickers, wird ein schweres Stück zuletzt auswärts in Großasbach mit 6-0 gewonnen. Das kann euch aber nicht schrecken, oder? Ich glaube, wir konzentrieren uns nur auf das Spiel, was jetzt ansteht. Natürlich wissen wir um die Stärken von Würzburg, aber ich denke, wir sind defensiv stabiler geworden und nach vorne sind wir immer gefährlich und von daher werden wir alles in die Waagschale werfen und ich denke, dann wird es positiv. Magdeburg, letztes Heimspiel, welches unter Flutlicht war, konnten wir auch für uns entscheiden und ich hoffe, da können wir einfach anklöpfen. Jetzt bist du ja wieder dabei. Der Trainer sagt, ihr fühlt euch im Moment so mit dieser 3er-5er-Kette hinten wohler. Ist das auch dein Eindruck? Ja, also ich denke gegen Kaiserslautern war es defensiv auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Gegen Jena hatten wir auch, denke ich, nicht so viele Chancen sind zugelassen und von daher ist die Fünferkette aktuell auf jeden Fall eine Variante, die uns Sicherheit, glaube ich, gibt. Jetzt habt ihr zuletzt in Kaiserslautern 1 zu 1 gespielt. Das Spiel wurde hinterher noch so ein bisschen, sagen wir mal, verwässert, weil ja die Konkurrenz gewonnen hat. Jetzt sind es dann doch wieder sieben Punkte. Hat das eure Einschätzung für das Kaiserslautern-Spiel so ein bisschen verändert hinterher oder sagt ihr, Punktgewinn ist Punktgewinn? Ich glaube, wir haben das Spiel einfach ganz nüchtern analysiert. Es geht darum, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen und am Ende kommt es darauf an, dass wir am Ende über den Strich stehen und von daher sollten wir uns auf uns konzentrieren. Mehr können wir eh nicht machen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und wenn wir unsere Aufgaben machen, unsere Punkte holen und in die Spur kommen, dann haben wir es noch in der eigenen Hand, sage ich. Jetzt gegen die Würzburger Kickers wird sicherlich darauf ankommen, natürlich zu Hause zu verhindern, dass ihr ein Gegentor frest und dann vorne die Nadelstiche zu setzen. Also müssen sich die Zuschauer so ein bisschen einstellen darauf, dass das vielleicht auch eine etwas zähe Angelegenheit wird, auch mit Blick auf den Rasenplatz draußen, der schon ziemlich feucht und tief ist? Ja, das kann passieren. Ich glaube, wir sind im Moment gut beratet, einfach alles dem Ergebnis unterzuordnen und jetzt kommt es auf Ergebnisse an und von daher werden wir das tun, was für den Sieg erforderlich ist. Und einen Schönheitspreis werden wir höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, aber das muss man dann auch mal in Kauf nehmen, wenn man die Punkte holen will. Das heißt also auch die Bitte ans Publikum, das Ding mitzuziehen und eben nicht nervös zu werden, wenn nach 40 Minuten erst eine Torschung auf dem Plan steht? Ich glaube, da muss ich dem Publikum gar keine Bitte aussprechen. Die haben diese Saison schon viel ertragen müssen und haben uns trotzdem immer unterstützt. Und von daher, ich glaube, das Publikum weiß um die Situation und weiß uns zu unterstützen. Und von daher muss ich da, glaube ich, keine Bitte aussprechen. Frieder Linn-Wagner, alles Gute für das Spiel morgen. Danke. Dankeschön.